Ja hallo, grüße dich und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich einen Überblick dir verschaffen, wie wir hier vorgehen in dieser kleinen Videoserie, wo wir durchnehmen, sozusagen ein paar Tipps und Tricks raushauen, wie du Kontakte kalt angehst, sei es offline oder online, ist völlig egal, über Cold Calls, über Werbeanzeigen, über Facebook, über LinkedIn etc. Alles kein Problem. Diese dann in den Interessenten verwandelst und von Interessenten dann sozusagen in einen Termin reinbringst, wo du hier ein Match von Bedarf, das heißt der Kompetenz, das Angebot, was du als Dienstleister oder Produkthersteller zur Verfügung hast, dann matcht mit dem Bedarf, also letztendlich den Schmerzpunkt deines potenziellen Neukunden. Dann sozusagen in eine Opportunity, also verwandelst, das heißt hier stehst du sozusagen kurz vor dem Kauf und hier letztendlich entscheidet sich deine Positionierung, ob die letztendlich sauber und konkret auf deine aktive Kampagne auch abgestimmt worden ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn du deine Positionierung nicht richtig abstimmst auf deine Kampagne, dann gibt es unterm Strich keinen Neukunden. Falls dieses dir aber gelingen sollte oder gelingen sein sollte, dann hier nochmal häufig wird nochmal kurz vorm Abschluss nochmal der USP betont, denn in dieser Ebene hier ist es ja häufig so, dass jeder Kunde sich mindestens zwei bis fünf Mitbewerber, beziehungsweise im B2B teilweise auch dazu angehalten ist, Angebotsvergleiche vorzunehmen, also in den seltensten Fällen bist du der Einzige, der ein Angebot bietet. Und das heißt, hier wirst du nochmal auf dein USP getestet hier, kurz vorm Abschluss, hier wird nochmal getestet, wie hoch das Sympathie-Level ist, beziehungsweise das Vertrauen, das du hier aufgebaut hast, im Zuge des Funnels, beziehungsweise im Zuge der kalten Telefonakquise-Prozesses und wie schnell du halt auch letztendlich dann liefern kannst. Sprich, dein Werteversprechen auch abliefern kannst. Häufig ist es ja so, dass alle Dinge stimmen und dann heißt es, okay, wann könnt ihr liefern, wie lange dauert das ganze Projekt oder was auch immer. Dann heißt es, naja, wir sind gerade so busy, weil wir eben so gut sind. Wir können maximal vor übernächstes Jahr anfangen, ja, mal überspitzt gesagt. Also all diese Dinge müssen dann hier unten auch noch stimmen und wenn das dann alles stimmt, dann kommt der Abschluss zustande und du hast einen Neukunden gewonnen. Hurra, bravo, herzlichen Glückwunsch, ja. Ja, und so, das ist also so, das, was du hier in der Videoserie bei mir lernst, in diesem kleinen, ja, Gratis-Kurs hier, öffentlich erhältlich. Und dann wünsche ich dir einfach viel Spaß damit. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Tschüssi Kowski und Daumen hoch. Happy Hunting, na.